Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Last Epoch Let's Play Part. Jetzt diesmal, ja, ich habe leider nochmals eine Charakter-Bessle gemacht, weil mir die KI von den Wölfen, also von den Beschwörungen, genau, nicht so gefallen hat. Und ich finde jetzt einfach Clash hier. Und ich finde es eigentlich ziemlich gut, auch wenn das Fail ein bisschen langsamer ist, aber dafür muss man nicht so viel spammen. So. Okay, ähm. Ja, ich bin momentan sehr beschäftigt am Minecraft-Server und bin jetzt gar nicht so konzentriert auf das Game, aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, wir machen noch ein bisschen Cast-Speed, auch wenn es nicht so viel bringt. Hier auch nochmal einen Punkt, aber eher einen Schaden. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt Mana brauche. Ich tue eher auch Schaden mal. Eigentlich mache ich das mal auf dem. Und der Fokus-Kill ist sehr wichtig. Ja. Dann noch Teleport. Nein, Teleport ist doch weh. Flameboard war das, was ich noch brauche, genau. Also, Glacier ist ja, ähm, drei Ding. Drei Kugeln, die explodieren, sozusagen. Und ich finde es besser, wenn man nur zwei Kugeln hat, dafür mehr schauen. Die Reichweite muss nicht so gigantisch sein beim Trip. Das ist der dritte, grosse, grosse Explosion, die braucht man nicht. Und somit kann ich eigentlich immer recht schnell spammen, weil ich nicht zu viel Mana kosten habe. Später werde ich vielleicht das andere raushauen, wenn ich zu viel, wenn ich es nicht mehr Mana habe. Aber ihr seht, dass es tut ziemlich viel Damage machen soll. Und das ist das, was ich brauche nicht. Aue, Aue brauche ich nicht. Wenn ich kein Damage habe, brauche ich nicht Aue. Und deshalb, äh, also wenn ich Damage machen möchte, brauche ich nicht so viel Aue. Genau. Ja, ich bin leider noch nicht so gesund. Also, ja, der Wind, jetzt zuerst die Sabine. Und jetzt kam noch ein anderer, noch ein komischer, komplizierterer Name. Und der ist schlimm. Die Sabine war ja einfach härter, äh, schnellerer Wind. Und der ist einfach so richtig blüdemachend. Also, wenn ich der jetzt momentan nicht... Es ist einfach, ja, momentan ein bisschen schwer, mich zu konzentrieren auf das Game. Aber ja, deshalb spiele ich auch das jetzt gerade und nicht der Stone Shard. Das klingt mich ein bisschen mehr an. Also, ja, der Hütte, glaube ich, kein Part von Stone Shard. Dafür gibt es ja am Wochenende wieder Livestreams. Dann können wir auch Stone Shard Livestream. So, hier... Was ist das? Nein, das ist Glacier. Habe ich immer hier rauf getan. Äh, nicht hier rauf. Also, hier nur. Dass die Largeed Explosion disabled ist. Und jetzt möchte ich gerne hier rüber gehen, damit ich mehr Boss Schaden mache. Das brauche ich einfach... Das habe ich gemerkt bei, ähm... Beim Droiden, also beim Beastmaster. Ich mache einfach bei Bossen viel zu wenig Damage. Und soll ich wirklich auf Crit gehen? Ich gehe, glaube ich, nicht auf Crit. Weil... Glacier ist nicht für Crit gemacht. Irgendwas ist bei Glacier. Das schauen wir mal kurz nach. Was Crits eigentlich unterbindet. Oh, jetzt habe ich das mal scheiße. Das okay ist. Ähm... Bei Glacier ist was irgendwas. Ich glaube, hier unten ist irgendwo Crit. Das macht ein Multiplayer weg. Also, es erhöht die Crit Chance, aber das Multiplayer geht down. Und... Irgendwo haben wir nochmals Crit. Haben wir irgendwo nicht mehr Crit. Okay, jetzt doppelt zu viel. Aber nur beim Größer... Beim Greater... Nickel Hit. Das verstehe ich jetzt gerade hier nicht. Also, einfach nur erhöhter Schaden. Nicht der Dritte. Dann müssen wir dort drüber auch noch... Was ist Rhyme? Ein Buff. Für, äh... Erhöhter... Variation? Von was? Dann müssen wir hier drüber auch noch gehen. Okay. Ah, Ice Vortex ist so. Ist auch sehr gut. Okay. Dann gehen wir dann einfach nach links. Aber zuerst nach rechts. Ich brauche Boss Damage. Ja. Ich finde es cool, dass wir so viel Damage machen können mit dem Spell. Wir fehlen einfach Spells mit Damage. Die anderen sind komfortablier. Komfortablier sind... Ähm... Ja... Ich brauche irgendwie diesen Komfort bei den Space, damit es mir Spass macht. Ich bin eigentlich so gerne ein Spell-Diode Nutzer. Eher ein Beschwörungsnutzer. Und ein A-Kampf-Nutzer. Zwei sind mir nicht mehr die Besten. Und deshalb ist eigentlich diese, äh... Einfach für mich besser. Wenn ich jetzt noch eine Beschwörung hätte... Dann würde ich vermittelt nicht sein, aber... Na gut. Jetzt leider nicht da eine Beschwörung. Sorg zu sein. Aber gut. Vielleicht kommt ja auch bald mal ein Patch für so ein Elementar-Gole. Oder so. So ein Elementar. Wo? 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 Ah... Also, ich habe noch keinen Spell gefunden, der mir besser gefällt als Flash. Ja, das ist doch der Explosions-Typ. Außer bei Diablo 3 habe ich die Explosion nie gehört. Weiß es auch nicht, weil er zu wenig AOE hat. Mal schauen, wie ein Diablo 4 lang wird. Ja, und heute kommt ja Wolken raus. Die Release-Version von Wolken raus. Und das ist dann mein neues Projekt, sozusagen. Neben Mein Kräft natürlich und Lasterboch und StoneShot, mein viertes Projekt. Muss ich dann schauen, wie oft ich alles was bringe. Einfach das Video supporten, Kommentare schreiben und dann kommt auch mehr. Also, nicht wundern, wenn man einen Break-Version bekommt. Dann passen halt einfach die Aufrufzahlen nicht oder so. Ich bin halt immer, ich schaue extrem auf euch. Was gefällt euch, mache ich einfach mehr. Und ja, dann dürft ihr mecken, wenn ihr kommt da und dürft ihr mecken. Wenn ihr mehr Last Epoch sehen wollt, dann kann ich mehr Last Epoch machen. Aber bitte nicht dislike, wenn ich nicht so viele Parts kann. Ich glaube, es sollte immer abhängen, wie es mir auch geht. Weil ich ja immer sensibel bin. Dann macht es mir nicht immer so mega viel Spaß. Wenn ich so lange an einem Game immer mega suchte. Ja, mal schauen. So, endlich unsere Pets. Also schon Pets, aber nur Spiegelbilder. Ich möchte unbedingt mit Pets spielen, Teleport. Weil es mir einfach sehr gut gefällt, dass ich da noch ein bisschen Abläufe um habe zu gegnern. So, für unsere Defensive wäre das gut. Ey, nehm doch mit, wenn ich ein Blau-Blick habe. Das Schwierbe und dieses Punkt eigentlich immer sehr fisch wäre. Also, dass man nicht mehr einen, sondern zweimal casten muss meistens. Ich glaube, das ist das Bauer, äh, das BAM, oder? Ja, okay. Was ist jetzt Vortex, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist der Vortex. Was heißt eigentlich Vortex-Spiel-Sturm? Was ist so ein Kleisen? Hm. Die nutzen wir eigentlich schon heute nicht. Aber so, wie jetzt momentan das Spiel ist, gefällt mir das schon mega. Also, die Balancenprobleme ist mit dem Graus. Verstehungsprobleme. Ich bin einfach so mega glücklich schon, dass ich, äh, Last-Epox-Spiele habe, besitze und so. Dass ich einfach, ja, meistens mega süchtig wäre nach diesem Spiel. Weil das andere Spiel jetzt nicht immer harmlos im Eingriff. So, ähm. So, ähm. So, ähm. Ich wollte eigentlich jetzt einen Bildschirm, also habe ich jetzt schon gekauft, ob er kommt. Irgendwann muss ich ja heute noch, äh, noch machen. Es nervt mich einfach, dass die da nicht Bescheid geben, dass er nicht kommt. Aus irgendwelchen Gründen liegt er wahrscheinlich nicht im Lager, oder? Und der Sowjetik kommt dann bei mir nicht. Da müssen wir den P.C. auch, ja, mitteilen, dass sie... jetzt nicht liefen können, momentan. Ja, machen sie nicht, weißt du. Die doofen Unentschips. Bei Amazon habe ich ja immer Probleme, dass das nicht gezahlt wird. Ja, was soll ich dann machen? Keine Idee, was ich meinte, wenn ich Bezahlprobleme habe. Okay, hier. Chat, macht doch den Chat bitte aus. Grundform aus und wenn man chatten möchte, macht man ihn so an. Aber nein, wir müssen natürlich den Chat immer offen lassen. Das nervt. Viele schreiben, dann habe ich nie Übersicht. Wenn ich dann manchmal in der Stadt bin, dann kann ich Chat anmachen. Aber so nervt das andere. Ich kann nicht so richtig schnell durchlaufen und alle Gegner besiegen. Das ist ein sehr cooler Bild. Ich sollte immer weiter hin zu viel Schaden machen gegen uns, die der Typ schnell immer down sind. Dann treten wir. Oh, genau. Ich kann nicht durchlaufen. Ich kann nicht durchlaufen. Mach es gut. Ich bin kurz zu viel runter. Ah, ein bisschen Teleport. So gut. Es sind wenige im Kampf, wenige Einsätzen. Ja gut, dann müssen wir mit Teleport noch ein bisschen Manokosten senken. Ja, die eine vier Chancen müssen wir auch erhöhen. Haben wir einen Bleeding? Nein. Ich möchte ihn schon mal irgendwann machen, wenn es einen besseren Bleeding-Spell hat. Äh, Skill, also Nahkampf-Skill. So, jetzt haben wir zwei. Zweig. 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 Jetzt haben wir schon vier. Ja, jetzt müssen wir wieder durch Dodge. Dodge ist am Anfang viel zu stark. Ich habe keine Ahnung, wieso sie das so schwer gemacht haben. Vor allem diese Prozent-Sachen haben mich in Power of Xer schon genervt. Dass man immer wieder Chancen hatte zum Ausweichen und so. Das ist einfach nicht so nett. Und so nehmen wir Spam. Das sollte nicht Wahrscheinlichkeit sein, sondern alles mit Bewegungen zu tun haben und so. dass man wirklich dem Gegner den Schoss auch ausweichen soll. Mal so ein Spiel ohne Await, das wäre so toll. Also damals wären die aber zwei. Man hat nie den Gegner getroffen wegen der Wahrscheinlichkeit, weil man zu wenig Angriff hatte am Anfang. Also die Wander-Mods, in denen der Angriff ist mega gesenkt worden. Ständig. Hast du nie den Gegner getroffen? Das ist nichts für mich. Ich will das nicht verletzen. Ja, dann gehen sie wieder zu wenig an. Zweitens, das würde auch nicht werden. Und mein Kollege, der Ghostwander, der nefft mich über den Dodge-Weiber. Dodge. Ja, aber es war ich, oder? Dodge in diesem Spiel. Und er neben mir, oder? Ja, ja. Jetzt will ich mich unterdrücken. Ich bin nicht Dodge. Kein Dodge. Nichts Dodge. Seid ihr muss ich nicht vergessen, den Titel zum Assortzer-Unveniment. Ich bin beim Beastmaster-Unveniment. Ich bin beim Beastmaster-Unveniment. Wenn es noch Stank macht. Ist es natürlich nicht. Genau. Die Titel sind immer so ein bisschen Probleme bei mir. Wenn ich so wenig Zeit investieren kann. Das sind manchmal diese Beispiele. Das sind manchmal ganz selten. Ja. Das nervt mir immer, wenn ich dann einen Zweifel-Tipp gemacht habe. Und am nächsten Morgen, dass es so mehr fällt. Oder dass es falsch wird. Ja. Das muss ich nervig. Nervig kann. So. Wir sind falsch gelaufen scheinbar. Stimmt. So direkt nach rechts. Jetzt müssen wir so lange wieder zurücklaufen. Oh Gott. Geht aus dem Weg. Weisst du, du teleportierst diese zwei zu dir. Aber sind im Weg. Direkt. Also wenn. Dann hinter einem teleportieren. Also hin. Pflanzen. Und nicht vor einem. Was ist denn los? Die Entwickler haben irgendwelche Probleme mit ihren Spawns. Das ganze Spiel hat Spawning-Probleme und so. Die Summons halt. Beschwörungen. Dass die Beschwörungen auch immer so mega weit weg abhauen zu einem Gegner, der mich nicht interessiert. Wenn wir zum nächsten Gegner gehen, gehen sie lieber irgendwo ein weit entfernten Gegner. Weil sie schon vorher abgebogen sind. Das ist so nett. Das ist so nett. Es ist halt noch in einer Beta-Spiel. Nur Zeit zum Besserung. Ich finde sowieso das nicht so gut, wenn man nur ein Beta-Spiel schon Runde macht. Also das ist ja keine Runde machen. Das ist ja keine Kritik. Nur. Ja, es ist halt manchmal schon ein bisschen blöd, dass man immer Beta-Spiele zocken muss. Das ist so nett. Ich will lieber ein fertiges Spiel immer... Ah, das ist sehr gut für den anderen Bild. Für den Poison-Scorpion-Bild. Ja, und die sollte ich eigentlich auch mal einsetzen. Aber die haben sie nicht für mich gerollt. Also... Ich kenne mich nicht an ein... Das sieht schon aus. Das sieht aus, das ist auch nicht an einenKnack-Spiele. Er kommt ein bisschen auf dem Maus. Er kommt ein bisschen an den Knack-Spiele ab. Geh auf! Du musst offen sein, lieber Entwickler, lass doch die Kiste offen, wenn wir uns davon anschauen. Jetzt einfach wieder zugehe, die Kiste wird offen, von mir aus. 512 Schaden? 520 Schaden? Krass. Also, kein K.R.I.T. Noch mehr Mana? Ich mach mal noch mehr Mana. Ja, Brainstorm auch. Und jetzt haben wir was bekommen? Fokus hatten wir schon. Was haben wir jetzt für einen Spell bekommen? Nichts. Keinen Spell. Okay. Die Kiste ist schon immer nicht gut anvisierbar. Jetzt mal. Okay. Ja, ja, liebe Entwickler. Manche Sachen müsste ich einfach schneller machen. Ich würde nicht so viel das Spiel mehr weiterentwickeln. Aber, ja, die Leporte, äh, also die Spiegelbilder. Wir müssen ja nicht unbedingt. Ein Portion muss nicht, aber möchte ich schon noch mehr haben. Ähm. Ich brauch gerade Colt. Also, Kritik und Colt. Perfektion. Ja, mal eine Offizienz. Muss ich halt was raus haben. Oder ein anderes Amulett, aber das kann ich ja nicht tragen. Das ist ja, ähm, Snap Freeze. Ja, ein besseres Amulett brauchen wir nachher. Das ist ja auch Colt-Protection. Health wäre nicht schlecht. Maestro im Ery Five Seconds ist für ein Bild eigentlich ziemlich gut. Ich kenne nur den Namen. Also, was er genau macht, der Bild nicht mehr. Das ist für Pri... Für Primalist nur? Okay. Es gibt wirklich, ähm, Idole mit Klassen-Requirement. Hm. Tech Speed, ähm, Damage. Damage. Ja, wegen dieser Rose, ich möchte unbedingt mal dieses Blut-Teil, ähm, ein Bild machen, aber... Ist einfach zu schwach am Anfang ohne diese Rose. Ohne diese Blumen. Ja, es gibt leider kein Frost-Amulett. Das hier, aber das Multi-Blü... Ah, ist auch Multi-Blü... 60. Basis-Spell-Damage, nach Basis-Spell-Damage. Okay. Jo, dann, ähm... Noch eine Nebenhand. Wie sagt man dem... Katalyst? Gibt's keine Colt-Katalist? 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 Uhhh... Jacksnven Center ein... Sieht ganz klar aus. Ja, da hat er da nicht geklebt... T Dw... Sollen wir auf Damage gehen oder auf Safe? Auf Speed? Ich mach mal Freeze nur. Da ist aber Cold Damage. Machen wir den. Und den nach hinten wieder. Das sind Minion Sachen. 2 Damage Creeds. Ja. Okay. Jetzt machen wir das wieder ein bisschen ausgerüstet. Jetzt können wir noch mal ein bisschen... Ja. So. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter bis zum nächsten Billpoint. Und ja, leider ist es jetzt schon fast 30 Minuten. Ja. Damage stimmt auf jeden Fall. Der Freeze eigentlich ja. Jetzt werden alle eingefroren. Ja. Dann werde ich noch mal den Kraft ein bisschen weitermachen. Und ja. Ich denke morgen kommt der nächste Billpoint. Das Spiel macht mir heute echt viel Spaß. Dann. Bis zum nächsten Video oder so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.